Oh, ich lade Böllschirm ist gerade beim E. Ah, fertig. Bis nacht? Mhm. Da können sie euch pennen, aber ich sehe keinen Mond. Ja, lass mal pennen gehen, oder? Jo. Sieht gut aus. Was ist denn? Essen, 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 wir haben hier nur ein Bein hängen. Geil. Äh, ah ne, ich hab leuchtet. Hier? Wobei ich hier in Kurven war, geh ich holen. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Schocken mit dem Hasen. Aha. Da kommen die ersten Opfer. Ja. Ja, mal nach unten. Unterteil der Map abbluten. Hm. Den Dingens werden wir nie wieder sehen. Was? Den Panzer, der Schildkröte. Ja. Weil der so weit ins Meer geflippt ist. Auf vier jetzt einfach das. Vier zum... Oh, hier liegt noch ein Stück Fleisch. Ich kann das nicht mehr tragen. Warte mal. Ähm, nicht den Fisch essen, der ist vergammelt. Der hängt. Warte mal. Ein Stück Fleisch bräuchte ich. Jetzt warten oder was? Nein, ich brauche mir das gerade. Ah! Hörst du auf? Ich sag jetzt schon, wer brennt jetzt schon wieder? Okay. Bist du bereit? Ey, Alter. Ja, geh mal vor, wenn du mit deinem Ding rumschwingst. Hier, Flößchen, wa? Oder? Gibt's denn sonst eigentlich noch alles? Der hat immer nur so unverpackt. Genau. Ich öffne mal mal hin, wenn taue und guck was du. Äh. Der Kraspo? Die Taucherflasche. Taucherausrüstung. Fällt dir noch was ein? Sehr gute Karte. Kompass. Mh. 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 Da hab ich schon einen Schrittzähler haben, ey. Ey, Mensch. Das ist kein Schrittzähler. Das ist ein Pädometer. Wer möchte die Schrittzähler? Auf Englisch heißt das Ding Pädometer. Ja. Was ist das denn für einen Baum bestand? Den kenn ich gar nicht. Das sagt mir nix. Wollen wir mal hier raus, wa? Vor uns sind drei Leute. Wollen wir mal hier in den Wald, wa? Ja. Ja, hier. Kurz Inventar gucken. Die Stücke sind full. Rechts vor uns kommt noch ein einzelner Gegner. Ansonsten haben wir hier ne schöne Schneise gerade. Okay. Bevor wir da hinten, wo wir immer Holz fällen, ein riesen Grüppchen wieder wartet. Ich glaub das Spiel ist halt so programmiert, da wo wir eine Wohnung haben, da in der Nähe halt immer irgendwo etwas ist. Mh. Da links ist ein Zeltplatz. Da waren wir aber schon, oder? Mh. Ja, sieht doch noch aus. Hier ist noch ein Kochtopf. Ich kann den nicht mitnehmen. Gar nicht. Lass mal hier hergehen. Jep. Wir sollten auch, ja. Ich hab mir gestern noch so ein Stock Ding gemacht. Für mehr Stück. Für mitzunehmen. Ja, in die Richtung vor uns. Ein ganz schönes Grüppchen. Was hat man hier unten weitergehen? Wie gesagt, ich hab mir so einen Stockbeutel gestern gemacht. Schau und du rauchst. Was auch, ja. Deswegen mach ich mich von nebenbei ein bisschen voll. Hier ist jetzt noch nem... Oh Gott, was ist denn hier runter? Schau. auch ein bisschen abseits von dir wenn ich dieselben stellen dazu steht ein totem wir sind an einem höhleneingang wo wir schon mal drin waren ich bin also hier ist geld markiert jeder maus was soll ja das war noch mal rausgeklettert also weiter suchen hier ist die wahrscheinlichkeit ganz groß dass wir wieder in die selbe hülle dann geht er ist also zum sito immer über umwege zu hier sind wir wieder man das schon mal abgesucht wegen der höhle und nicht doch hier her doch doch immer die katana hin oder noch weiter im süden gehen überhaupt süden kann auch in die richtung und nun no joke ich gucke immer mal wieder auf diese map die man zeigt wo gegner sind und die sind einfach keine danach keine weiteren geladen oder so die sind alle hinten ich sprinte gleich so in fünf gegner rein habe keine aussage ja noch mit was geht und steaks entweder man mitnimmt ich glaube grün war fällig gelootet rot war noch nicht gelootet und gelb war betreten aber nicht komplett gelootet ein neuer neue cave auf jeden fall sonst hat man kein to do guck mal wo sind wir denn hier ledge cave hatten wir schon hanging cave ist glaube ich eine neue wo müsste die hängen äh f bei dir gerade auch so extrem ja es geht direkt voraus zwei gegner ah in höhlen würde ich den scheiß mal nicht will die go waren klamotten die wollte ich haben da rechts steht glaube ich einer und da rechts steht der andere ich habe die aggro von dem einen ja ich nehme den anderen ach so ok ich habe liegen du hackes sicht fressen ding ach so schön 15 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 16 15 15 16 15 sagen wir der der keine fackel hat der geht vor der der keine fackel hat warum das denn mit fackel hat doch eigentlich nicht oder du gehst vor mit fackeln aber wollen wir hier durch ein neues level eigentlich ja nicht und ich brauchte mal besser stehen weil ich bin covered im blatt du stehst mitten im engsten durchstelle der ganze höhle so oder warum ja ich brauche wasser um mich abzuwaschen weil ich bin covered im blatt die brennt nicht mit dem stock hinter der klatscht brenne jetzt kannst du nicht weg schnitzeln das ist auch eine coole kombi wollen weil das ding an bleibt zeitlang ich bin jetzt ab hier kannst du ich habe mich gerade oben voll gelootet mit sein ein foto vielleicht haben wir das foto schon aufgesammelt und sind in der cave in der wir schon waren glaub nicht ob ich auch welche sollten nicht wenn ich nicht bin ich jetzt aber ich bin woanders langgegangen ich glaube jetzt ist das ding aus aus der halle ja und der stoff bleibt dran ich glaube das geht nur aus weil du weggepackt das wasser jetzt gerade war ich im wasserbahn vor allem wahrscheinlich halt wegen der zipline aber jetzt ist es auch so aus das auch das kann ich gar nicht so parents fault to their children aha der voll die wir haben einen kompass und die map warum brauche ich denn jetzt mehrere sachen führen ich kann keine fackeln mehr bauen ach weil ich jetzt den upgraded stick von unten links nehmen muss okay das ist cool was bist du denn was hat denn da gerade gebrüllt hast du es nicht gehört irgendwas voll komisch geschrien gerade und von der weibliche schreien irgendwie okay aber ich habe den noch nie gehört nicht in einer unserer fähigen stations noch nie vielleicht ist hier eine wie hieß die nummer ich glaube ich warte mal ich schmeiß mal eine flare hier ist irgendwas ok nein ist hier nichts gehts wo 15 ja da gehts raus ja ja da oben ist tageslicht ok dann wir sollten durch den schwarzen ah die streie kommen anscheinend von oben ok denke ich mal das klang gerade aus der richtung von oben 15 also ich bin schon da unten easy auch keine sepplein ach so wunde ja aber dann sehe ich halt besser ja gut ist halt nicht sehr viel besser ne aber das sind wieder andere lichtverhältnisse ja da war auf jeden Fall noch den spalt wo wir uns durch zwängen mussten ist nur wand und ich glaube wir sind hier durch so Dings gelaufen da sind wir auch vorhin ich glaube wir auch genau von hier kamen wir meine ich kamen wir ursprünglich schon ja ich glaube schon bist du sicher? ich kenne den Holzweg nicht ich kenne den Holzweg gerade auch nicht hmmm schauen wir mal außer Halle alles bei nichts Dings gehen zum Gang weg ja doch hier sind die beiden Dinger und der Helm ach ja von hier kamen wir hier rechts müssten wir uns eigentlich durchdrücken können hier gehts rund ah scheiße wenn ich jetzt äh na gut wenn ich jetzt M öffne drückt jetzt nicht öffnet sich die Map und die Mod Map hier gehts runter das ist neu ja kann dann eventuell sein geht grad für mich echt so aus wie diese Looting Dings weißt du noch? Looting Dings? was ist denn Looting Dings? wir hatten eins wo halt so von allem übel viel war ne ja das sind wir dann immer hingegangen haben und Granaten und sowas geholt ach so die meinst du ja das könnte hier tatsächlich sein ja das sieht gut aus ja ja hier lag doch irgendwas hier sind noch Collectibles ne Menge wir wollen das das Spiel will mich doch verarschen Achso, ich habe sie schon. Ich habe sie offenbar ohne Animationen genommen, okay. Weil ich sie dann zu schnell genommen habe. Achso, ja gut. Da habe ich es nicht gemerkt, weil ich da einfach mit E lang gerannt bin. Ja, cool. Ich habe das Tagsgefunden, auch nice. Warte, tue ich die noch. Klamotten. Found ein neues Outfit. White Shirt und Blue Sheens. Das nügt nach langweilig. Pennis-Outfit, behalte ich. Wolf-T-Shirt und die hasse ich. Die mag ich nicht. Fingerklamotten am sortieren. Kacke, was sind jetzt die neuen? New Clothes Outfit, okay. Hab ich schon. Da habe ich eigentlich schon was für Klamotten. Da war man jetzt bei jedem New Outfit an. Ich glaube, das ist das neue. Jetzt hast du ein Hoodie an. Ein grauen Hoodie, schwarze Hose. Jetzt eine Weste. Schwarze Weste. Rotfarbene Hose. Rotfarbene Jeans. Oh, ich muss gleich noch mal oben sehen. Unbedingt was essen. Ich kann noch ein bisschen durchhalten. Aber ich habe auch nicht. Also ich kann eh nur Snacks essen. Ich habe mir kein Fleisch mitgenommen, weil ich stumm bin. Ich kann dir ein Fleisch geben. Obwohl du hast mehr Snacks, glaube ich, als ich. Ich habe zwölf. Ich glaube, ich habe zwei. Wow. Ja gut, das kann ich dir welche abgeben nachher. Ja, das dauert halt übel lange, du. Ja gut, wie viele Snacks braucht man? Viele, das bringt nicht viel. Esst du dein Fleisch? Hier ist meine Snacks. All easy. Ich kann doch nur so einen immer wieder mal essen. Ich habe einen gegessen und bin von einem... Also man wird mit einem Snack schon ein Viertel satt vom Magen. Ich habe nicht gegessen. Ich habe gelogen. Ich habe drei Snacks. Oh. Hier ist der Holzweg, also hierher. Ne, warte. Waren wir gerade am zurückrennen oder? Waren wir gerade am zurückrennen? Weil irgendwas kommt mir noch durchquetschen. Ja, also Holzweg wieder her. War das Holzweg? War das nicht hier? Ja, wir konnten auch hier gucken. Jetzt sind wir gerade irgendeinen Weg am Rennen, ne? Oh Gott. Das ist echt tief, ey. Da liegt ein Helm. Hier waren wir doch schon gar nicht. Ne, hier sieht neu aus. Da liegen Snacks und noch ein Körperteil. Ich kann jetzt keine Snacks mehr mitnehmen. Und noch einer. Jetzt sehe ich keine Snacks mehr. Hier geht es hoch oder geradeaus? Da geht es hoch, rechts. Ich würde sagen, erst hier hoch oder ist der kleine Rücken. Warte mal hier trinken. Warte bei dir mit essen, weil hier sind Stöcke. Brauchst du was zu essen? Ja, ich habe gerade eben gegessen. Was schon? Also das nächste hier ist kein Fleisch oder Rad? Kein Fleisch. Achso, du hast es getroffen. Okay. Ich nehme dich nur getroffen, das ist nicht. Hier geht es weit nach oben. Und es war ja... Zwei Gänge. Ich bin kurz Feuerzeug am Dings. Mal rechts. Wo ist sie hier? Oder wo? Ja gut, nee. Wenn wir... Dann klein. Okay. Warte. Da geht es hoch. Da klärt er mal hoch. Sollen wir mal, ob es da oben weitergeht sonderlich? Eine große Hülle. Okay, dann komme ich mal hoch. Also wir gucken halt unten, ob unten eine Sackgasse ist. Oh ja, wir sollten vielleicht erst mal unten gucken. Das sieht ja mal was größerem aus. Oder? Hier könnte da... Ach komm, fuck it. Wir sind hier und lassen uns hier gucken. Bevor wir wieder drüben. Wo ist die Gegend? Ich kann ihn mitmachen lassen. Ey, ich glaube nicht. Doch. Ja, ich glaube, bei ihm haben wir die Cave gefunden. Ja, ja. Äh, die Cave. Alter, jetzt geht er immer schneller aus, der Scheiße, ey. Was sagst du? Naja, ich glaube schon. Oder hier kommen wir uns noch durchquetschen. Warten nicht hier. Ja, hier kommen wir nach oben. Hier kommen wir nach oben. Ah ja, hier kommen wir raus. Super, dann zurück. Deshalb, wie lange sind wir denn jetzt in eine Richtung gerannt, wie die Dullis? Speedrun, Junge. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Scheiße. Oh, ich bin ins Wasser. Oh, Gott. Oh, Gott. Irgendwann rush ich durch so einen Gang, da steht einer vor mir. Und ich... Hier links. Nee, Quatsch, ich bin gar nicht. Lüge. Hier links. Hier links. Fake News. Da geht's rechts. Hier waren wir aber auch schon. Hier ist noch ein ganz kleiner Gang. Okay, okay. Okay, well done. Ach ja, hier ist das Ding. Aha. Wir sind irgendwie... Ziemlich schwierig am Laufen. Warte mal, ich gucke mal auf die Ingame-Map. Wo ist denn die? Ja, nicht M drücken. Ach du scheiße, ist das was. Ja. Cave Map. Ja gut, hier unten ist es Cave Map. Okay, also hier haben wir so weit als gedutet. Da rechts ist eine Sackgasse. Guck mal hier runter. Von hier kommen wir. Also hier runter? Hier runter, ja. Was? Wo bist du? Ja. Aber von hier kommen halt alle ursprünglich, ne? Hey. Da her oder hier hin? Pass mal hier hoch. Warte mal, lass mal gucken. Äh, nach da, nach rechts. Nach rechts, hier kommen wir noch in den offenen Raum anscheinend. Dort der Map. Ja, wir müssen ja in der Sackgasse theoretisch. Ja, aber hier ist noch unerkundet. Was meine ich damit? Dort Map ist hier noch unerkundet. Da ist der Holzweg. Ne, da ist Gegner. Warte, ich muss mir Ding jetzt anzünden. Facke. Viele? Großer? Ne, einen habe ich gesehen. Aber einen habe ich gesehen. Aber einen habe ich gesehen. Lass mich gerade eine Flair werfen. Oder eine. Zwei. Komm. Oh, kommen wir. Stock ihn gerade. Oh, ich habe kein Feuerzeug an. Ich schrei nicht so. Dann hast du? Ja. Ach gut. Katana. Hallo? Oh. War noch nicht wirklich ein Überblick oder so. Hier geht's nach unten. Hier geht's nach unten. Hier ist ein Gang. Warte mal kurz. Das war ganz kurz. Decke mich mal gerade. P-Bindings. P-Bindings. Map mache ich auf N. Safe. Also die... In-game-Map. N, ja. Wir sind in einem sehr großen Raum. Das kann ich bestätigen. Ich sehe noch keine Umrandungen. Hier ist ein Holzweg. Holzweg sagt meistens. Und was? Da kann man hochklettern. Hinter mir. Wir sollten dann erstmal gucken, dass wir nicht. Regner gehört. Hinter der Wand hier in die Richtung, glaube ich, war da irgendwo. Ja, hier scheint eine Sackgasse zu sein. Warte, ich wusste wieder es. Ja, ich auch. Also da finden wir noch einen. Ich glaube, da ging ein Gang lang. Und man konnte irgendwo hochklettern. Und man konnte da hinten hochklettern. Ja, bevor wir halt klettern, ne. Wow. Nix. Bitte? Oh, das ist schön. Komm zu dir. Das ist halt cancer. Ich muss halt dir jetzt haben, wenn ich das scheiß Ding... Jetzt muss ich halt das wieder anzünden. Mit der Kassette. Okay, dann wartet er mit dem Gang. Ach, Fatsch. Aber jetzt hochklettern. Wir werden wir tauchen müssen. Ja, ja. Ich habe versucht, alternative Wege zu finden, damit die scheiß Fackel nicht ausgeht. Hat nicht funktioniert. Die Dings geht auch noch weiter. Lass mal hierher gehen. To-Do-List updated. Hanging Cave haben wir erkundet. Hanging Cave. Hanging Cave, ja. Oh. So hängenden Höhlen und sowas. Hier ist ne Klamotte. Oh, hier ist ne Klamotte. Der rote Mann. Der rote Mann. Die musste aber auch ne krasse Tour hier gehabt haben, Junge. Und der überall seine Bilder liegen gelassen hat. So. Wurde erstmal rumgeführt. Hier kann man her, aber ich glaube, man soll hier. Ja, das ist richtig. Das ist da, die Großhöhle. Ah ja, da unten ist das Wasserloch. Okay, laut Quests sind wir halt hier durch, ne? Ja, dann suchen wir jetzt den Spalt. Ah stimmt, da... Oh, Gegner! Dann sind wir hier aber noch nicht durch. Aber, aber, aber... Ja, das hat sich ja für einen neuen Laden. Ja, aber Gegner laden sich eigentlich nicht neu. Komm, treff mich an. Lass' er weg. Ja, das ist doch die. Ja, ja. Das ist die, aber wir kommen ja her. Guck auf, nenn. Nenn. Müssten noch. Der Spalt wird da angezeigt. Wo wird dir der Spalt denn angezeigt? Da nicht oben. Da oben ist ein Exit auf jeden Fall. Über uns. Also, warte mal. Wo lang ist das? Falsche Richtung. In die Richtung ist ein Exit angezeigt. Hier hoch. Und von hier kommen wir doch oder nicht. Hier bist halt echt weird. Hier ist doch... Hier war doch Sackgasse überall. Hier ist Sackgasse. Also, wir haben auf jeden Fall von dem großen Raum links oben, rechts oben noch nicht abgelöntet. Ne, ich bin über den Stichpunkt noch. Ja, und dann hockst du da vor mir. Ne, ich würde sagen, wir gehen wieder hier raus. Ne, einfach wieder zurück. Dann geh du vor, wenn du weißt, wo lang. Nein, der kam von hier. Nein. Ich bin holzweg wieder zurück. Ja, von hier kam auf her voll. Wait, was ist hier? Nichts. Okay, weiter. Wollen wir das Ausdauer regenerieren? Na, wir waren hier auf jeden Fall auch schon laut Map. Ach, ich geh da durch. Ich geh wieder das Kleine. Ja. Hier ist wieder das Ding. Alter. Aber das so weit am Anfang? Wo wir durch... Relativ weit. Ja, relativ, ne? Wir sind halt... Ja. Ich hab da durchgeraschen und hab ich den Spalt gesehen, damit ich hab zurückgekommen. Wo geht's denn hier runter? Hier runter könnte es noch in Richtung was Neues gehen. Ja, hier so. Ja. Pass auf, hier rüber kommen wir... Nicht B. Baby Cave. Hier rüber kommen wir in die Baby Cave. Ja. Die deckt sich da langsam auf. Da brauchst du ein paar neue Schuhe? Hm. Ja. Ja, durch. Oh, die Baby Cave ist auch noch neu. Da waren wir auch noch nicht drin, glaub ich. Wohl kein neuer To-Do-Eintrag. Die Baby Cave ist auf jeden Fall noch nicht angezeichnet. Riesengroßer Raum. Riesengroßer Raum. Riesengroßer Raum. Riesengroßer Raum. Sekunde, die Leuchtfackel kommt. Ich hab auch nur zwei. Aber hier kann die ziemlich weit fliegen. Sieht gut aus, bis nach unten. Noch eine, oder soll ich? Ich glaub noch eine, ja. Die kann ich noch werfen. Oh, ne. Oh Gott, da liegen jede Wege Babyleichen da unten. Oh, und... Da liegt noch was größerem. Wir dürfen auch so, haben wir gesagt. Ja, da ist Wasser, werf die nicht. Aber wenn du es schaffst, die irgendwo hinzuwerfen, wo... Da ist was größeres, ja. Oh, ja. Ja. Ach du. Jungen. Ja, jetzt kann ich auch mal... Warte mal, ich weiß mal, ich werf mal ein Dynamite drauf. Zum Anfang. Bleib da stehen. Nein, geh nicht weg. Will dich wieder hin. Ja, warte, ich muss das zu croc. Ja, ist vielleicht doch vorbeigeflogen. Ne, hat ihn getroffen. Oh, der liegt gut. Oh, der lag gut. Der hat eine Menge Damage. Okay, jetzt helfe ich keine mehr. Du weißt, dass er uns hier trifft, ne. Wir sind nicht so weit hochgebackt, dass wir... Ich glaube schon, dass er uns da trifft. So, jetzt hat er Fokus. Der hat Fokus. Kann man noch was brennen? Ich könnte Molly werfen, damit wir Wischen haben. Wurde, ist... Wurde, kannst du dir rüberkommen? Oh Gott, er ist direkt unter mir, ja. Schieß mal einen Brandpfeil hin. Der steht immer noch direkt unter mir. Konntest du da. Und hier so ein bisschen... Bisschen mit hin und hergejumpfen, ja. Jetzt haben wir beide angezündet. Ist er tot? Er ist tot. Aber da sind noch eine Menge Babys da unten, ne. Wie es sich jetzt zumindest anhört. Ja, da haben wir eine zweite Damid. Ich habe meine zweite Damid ja gut reingefruchtet, wahr? Warum geht das Feuer, Maus? Äh, bevor ich jetzt irgendwas mache, ausrüsten. Ich habe schon drei. Babys, kommen. Gutes an Babys. Ich darf nur hingehen und blocken und dann geht halt nicht mehr viel. Noch einmal. Babys hält besser. Oh, ich bin schon wieder an Babys. Ja, ich glaube, das ist ganz klar die Baby Cave. Ja, jetzt auch noch. Das ist schon ein großes Seil. Also Seil noch unten. Nach unten, nach oben. Nach oben, ja. Und der Cave war mir doch nicht noch nicht. Gehe rechts, geht es weiter. Vielleicht waren wir mal da drin oder so. Weil dann hätte ich ja auch Explore Baby Cave oder nicht. In der To-Do-List. Hier geht es noch weiter oder kommen wir von hier. Ja, wir kommen von hier, der gemeint. Aber ich würde sagen, weitergehen, ne? Ja. Oder willst du hoch? Hoch ist glaube ich. Ich halte so weit hoch. Oh Gott, ich muss trinkt was essen. Und gleich. Aus, aus. Kleines Licht. Und nehmen wir direkt mit zwei. Und hier geht es schwer eng. Hier ist noch einmal Fuel. Und eine Kassette, die ganz da hinten. Ach, Double Kill. Und dann zwar hinten direkt am Stein. Nicht? Ja, ich glaube ich nicht. Okay. Oh, ich bin zogen. Ich kann da auch noch. Ja, ja. Wegen den Babys gerade. Kommen wir mal nur noch runter, oder? Oh, das war schon die komplette Baby Cave. Doch. Was war die komplette? Es geht nur noch nach oben. Also hier auf der Map bin ich mir, also ich bin mir bei der Koalte ziemlich sicher, weil es ist alles ziemlich hart umrandet. Ja. Aber hier ist doch nichts. Nichts wertvolles zu looten, außer die Kacklingens halt. Kassette, die da lag. Dann gehen wir mal nach oben, ne? Mach mal, aber das ist glaube ich Oberfläche, oder? Also nicht direkt. Das soll eigentlich ziemlich tief sein, oder? Ich meine, wir haben jetzt eh keinen anderen Weg mehr. Ich habe diese Sibler nicht gefunden. Das ist Oberfläche. Jetzt habe ich To-Do-List activated. Das ist Oberfläche, Tatsache. Schau mal hier runter, wieder runter gehen, oder? Naja, komm, lass hoch. Hä? Okay, ich habe jetzt, ähm, Hanging Cave erforscht, habe ich durchgestrichen und, ich übersetze mal frei auf Deutsch, bleibe dabei die hängenden Höhlen zu erkunden. Also keep exploring Hanging Cave. Weiter exploring, basically. What? Mach mal da. Es ist durchgestrichen. Ja, jetzt ist fertig. Aber warum sind das hier die Hanging Caves? Ich glaube, weil man wahrscheinlich aus den Hanging Caves halt in die Dingens kommt, ne? Ich glaube halt, wir sind hier fertig. Weil die Map sagt mir auch nichts mehr, was aufschlüssig sein könnte. Ja, komm, dann so hoch und gehen. Gucken, dann oben weiter nach. Wir haben gerade oben Tageslicht, von da sollten wir eh jetzt raus. Weiß halt, wo zu Hause sind wir jetzt? Weiß halt, wo zu Hause sind wir jetzt? Auf jeden Fall, neuer Eingang. Also, ich sage mal, ein Blueprint dran. Was wird gerade? Mach mal kurz, äh... Freie Axt mal gerade auf eins gelegt. Was? Achso, ja, ja, ich habe es. So, warte mal, wo sind wir? Ganz unten. Wir kommen ein Stück in den Norden. Wir sagen erst mal hier rum. Oder wir können auch seitlich. Böse Beeren oder gute Beeren? Das ist ein böse Beeren. Hilfe fallen. Oh, mein Gott. Ich hätte ein paar Kollekten sollen. Ich glaube, der Punkt ist falsch. Bei mir gehen wir gerade auf. Ja, das ist richtig. Gehen wir gerade auf. Out of net. Ach, hier ist das Boot. Ah. Auch hier gehen. Aber da muss man auch irgendwann drauf, aber am besten im Floß. Ja gut, da war ja nix, ne? Flergern. Ja? Die Flergern. Die war oben im... Ist die nicht auf dem Boot? Nein. Im Flugzeug. Also in der Spitze. Okay. Rechtsgegner. Einer. Kommt. Gesehen oder krass? Kommt, hat mich gefokust. Ne, hab ich gesehen. Ist aber nur sie auf die anderen. Die sind links von uns. Laufen parallel gerade. Oh, das Krippchen links von uns ist nicht mehr weit weg. Hier war auf jeden Fall irgend so was zu sprengen. Das weiß ich noch. Alter, rennt uns immer noch hinterher, ja, ja. Gehst du zu sprengen, logisch? Ne, doch nicht. Oh, wir rennen halt jetzt gerade wieder in Richtung Norden, ne? Ne. Oh, hier ist direkt hinter uns. Einer. Wo bist du? Da bist du. Wir kommen in ein Dorf, by the way. Eines Dorf kommt hier bestimmt nicht. Nur der eine, ne? Das ist nur der eine. Oh, du kannst einfach mal aufs Maul von dem. Lol, der hat'n klappt. Der hat was gedroppt. Hä? Ja, diese Axt von dem. Ach so, diese Axt von dem, lol. Ja, ich dachte, die hätten wir schon, sonst wo eine andere. Ja, ja. Eine selbst geworden, eine von denen. Ja, so. Ich hab'n durchgefangen. Oder? Ja, ja. Ja, ja. Keine, was von denen. Und ein der Dörfer war auch irgends von Eingang. Oh Gott, ich werd' nach oben gepackt. Da ist er noch, neben dem Haus. Ja, hier kommen jetzt gleich ein paar mehr an. Wir sollten schnell einen Eingang suchen, maybe. Und dann weg, wenn wir einen haben. Ich glaub, dass hier ist keiner. Ne, hier ist keiner. Schaut weiter. Da ist einer. Nevermind. Direkt rein? Ich kann auch nicht markieren. Direkt rein. Wir können jetzt nicht mehr... Hier kommen wir gerade alle an. Ich geh runter. Ja, ich auch. Tschüss. Wie man sie da oben noch sieht. Oh Gott. Warte mal. Schau mal. Wir sind in derselben Höhle wie gerade eben. Wait, what? Wie kann das sein? So, die haben wir auf jeden Fall anscheinend schon erkundet, laut. Ja, ja, das ist... Okay. Ja, hier. Komm, Pass. Ja, Komm, Pass. Wie kommen wir immer wieder zu dieser scheiß Höhle? Hoch, euer Ausdauerrecken und dann weg. Nach links weg. Das sind halt übel viele vor der Tür, ne? Ja. Hm. Dann fertig. Ich auch. Alles klar, ich gehe. Moin Leute, rechts ist einer. Oh Gott. Alter, was geht hier ab? Aua. Bist du weg? Wo bist du? Wo bist du? Ah, da hinten. Bist du... Ich... Die schmeißen... Alter, schmeißen Wollert auf den Wichser. Alter, das ist alles. Das sind gerade alle auf der Map. Es laufen noch irgendwo vereinzelt drei rum, aber das sind die anderen. Ja, schmeiß da einen Drecks, Moin. Ihr trifft mich eh nicht. Ich kriege jetzt rückschentlich Falte im Match. Die werden hier nicht runterkommen. Warum habe ich gerade 30 FPS? Was soll die Scheiße? Ich glaube, ich habe sie auch abgehangen. Sie sind da hinten noch, aber... Ich schaue gleich sofort mal, sobald ich im Wasser bin, auf eine Map. Äh, ja. Wir sind so los geworden. Können Sie sich mein Spiel beruhigen und mir nicht all zwei Sekunden ein Lag verpassen? Bitte? Ist das unsere Dings-Farm? Ja, ja. Da ist unsere Stock-Farm. Ich bin hier links von dir. Ich komme gerade angeschwommen. Da war auch zuerst unser Flugzeug. Der Erste. Hm. Ja, shit. Hat da nichts ergeben, anscheinend. Alter, kannte sich dieses Scheiß-Spiel. Bitte mal beruhigen. Das war schon draußen getroffen. Ach, du bist bei mir. Ja. Weißt du, ob hier irgendwo noch eine Hülle war? Oh, ne. Hier war keine. Glaube ich nicht. Wenn wir jetzt hier schnackt nach Westen rennen, dann rennen wir so in circa in die Mitte der Map. Das ist die Richtung. Hier müsste das sein. Kompass. Schnackt nach Westen, würde ich es einfach sagen. Hallo, Kompass? Kompass. 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 Ah. Ich sage nicht, schnackt nach Westen, oder? Warte. Wie viele Kaninchen links vorne noch? Zwei. Zwei? Zwei für den Bärenbeutel. Oh Gott. Schau. Oder wollen wir einmal pennen, damit es Tag ist? Wollen wir auch machen. Ja, dann bauen wir gerade ein Dingschlager. Er ist Sprecher. Ja. Z, 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 z. Toll. Jetzt holen wir auf die Map übel weniger Gegner. Nur wieder die Gegner. Alter, der ganze Haufen an Gegnern hole ich jetzt nicht da viele. Von in dem Dorf. Ja, nach Westen, oder? Würde ich sagen. Also Richtung Haus. Westen, äh, Richtung Haus des Westen. Aber dieser Dreckslegs, ey. Jede Sekunde so'n scheiß Standbild. Aber wir sind auf die Seite, oder? Welche Seite? Genau, wo ich denn schwimme. Ich würde einfach sagen, hier jetzt ein Schwimmerhaus, Haushalt durch. Weil das war schon wieder zu nördlich. Da gehen wir gleich überhalb vom Kessel wieder vorbei. Da kommt er gleich da. So, na, ich meine, ob wir da sind, die meisten Höhlen. Also, da haben wir halt die meisten Höhlen. Ja, aber da sind wir schon wieder im nördlichen Teil der Map, weißt du? So, wirklich in der Mitte der Map haben wir halt noch keine Höhlen gefunden. Sondern nur unten und oben. Ich muss das essen. Ich finde es schade, dass unsere Sachen, die wir markiert haben, nicht angezeigt werden auf der Map. Ja. Ich muss rüber essen. Ich hab diese Standbilder halt sogar im Inventar, Alter. Ich lege aus. Ja. Wir spielen. Ich nehme aus. Ich nehme aus. Ich nehme aus. Und dann los. Ich nehme aus. Okay. inn hier kommen wir auf eine cave hinzu laut map ja in meine richtung genau vor uns müsste gleich die cave auftauchen aber dass ich glaube da waren wir nicht markiert links die richtung rechts das ist halt so ein loch mit dem pfeil rein das war immer das symbol für cave und das ist auch genau das vielleicht in einem der dinge waren hier noch drauf sonst haben wir draufglitsch in der nähe ist halt ein cave da unten diese cave löscher waren eigentlich immer recht präzise und das ist grün markiert ok weiter richtung westen 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 in der ultimative fahrten leser gerade rechte hand kommt was linker hand verteidigung ne große klippe kommt was raus anklicken im inventar ist beim ding um ich glaube nicht wirst du sagst du ja wirst du einmal die map quasi durch rennen und so wird sich dann irgendwann schon was auflegen hier ist gelb markiert da sind wir vorhin rein aber das ding ist jetzt zum beispiel nicht angezeigt die felsspelten werden nicht angezeigt auf der map ich muss mal versuchen nach südwesten zu gehen oh gott geh nicht nach links auf gar keinen fall lass uns auf gar keinen fall nach links gehen da sind so ein paar da kommt wieder irgendwas abgezeichnetes der sehe ich super nicht nass ich habe sie gerade gesehen das ist ein böse bär 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 eingang nicht markiert also markieren also markieren, ja warte ich mach grad also markieren stickmarker starbe Gelb. Gelb. Gib ihm. New item added to the list. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall weiter. Waterfall Ledge Cave. Submerged Cave. Das ist glaube ich neu. Was heißt Submerged auf Deutsch? Darf ich mal gucken. Ja. Wo war das noch? Eine orange Seite. Das erste. Das erste orange. Also bei mir ist zwei und vier abgehakt. Bei mir auch. Ok unter dem zweiten was abgehakt ist. Was steht da bei dir? Ich bin hier nicht am Steppen. Ach bei den Höhlen hier. Ja bei den Höhlen. Unter Wasser Höhle? Ja das ist hier nicht. Obwohl Submerged. Sub unter. Das könnte sein. Unter Wasser Höhle klingt richtig aber falsch. Aber übersetzen durften wir ja. Unter getaucht heißt Submerged. Also ja. Warte mal. Ich pack wieder die Fagel aus. Die Fagel brauche ich auch noch einen Hotkey ey. Kann sich leider halt nur vier machen ne. Kann sich leider halt nur vier machen ne. Das ist ein größerer Raum. Da geht ein Seil nach oben. Ne mein Feuer ist gerade ausgegangen. Drei. Bin dabei. Ja das ist tot. Sehr gut. Gerne. Sehr gut. Wir könnten flippen Sachen. Hier ist irgendwas. Das ist ein Käpt'n oder ein Flugmitarbeiter. Da geht noch. Bitte? Woher? Erstmal nochmal hier hinten. Geld. Wie meins wenn der Bildschirm rumwackelt wenn ich hier am e-spammen bin. Wochen? Hier ist was. Ah ein Collectible. Ein Timmy Teil. Dings. Glaube nicht so langsam schonmal. Ich darf noch ein Bein anholen. Hm. Aber. Was? 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 Oh ja das ist auf jeden Fall was Neues. Äh ja. Bleibt? Kann man kaputt schlagen. Das ist ein Unterkörper. Collectible. Achso das Loch. Wegen die Patronen? Ne das sind Stifte. Dein Gegner dahinter. Ja aber der Gegner dahinter. Naja. Er brennt nicht. Oh ein paar mehr Gegner. Einer brennt hinter dir. Mein Feuer ist aus. Aua. 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 Ich habe hier den Fokus von einem. Der kommt zurück zu denen. Aber mein. Schön. Aua. Du hast mir meine Rüstung weggehauen. Du hast meine Rüstung gefinished. Feier. Gebt bitte wieder an. Wir kommen runter. Kletter. Da passen echt nur zwei Wagen. Einen wege Sachen zum einsammeln. Amorten. Hier kann man weiter gehen. Oh Gott ich bin gefallen irgendwo. Ich bin hier runter gefallen. Aber ich habe mich an der Zip Line fest. Also ich bin an der Zip Line gesprungen. Oh Gott Alter. Ich würde sagen wir gehen erstmal weiter oder? Ja. Wollen wir runter? Nee wir gehen erstmal weiter. Obwohl. Hier kann man nicht weiter gehen. Ah lol hier sind diese Mutanten. Arme. Was? Was? Oh ja. Hallo. Aber passt. Nächste nehm ich. Oh ja okay. Schreckt man sich nochmal 2 nehmen die anderen auch mit. Klamotten. Siehst du ein Leuchtfackel? Ja das ist gut. Und? Bei der Taschenlampe? Taschenlampe? Ja. Ja. Ja ich hab's hier. Ja dann. Wollen wir hier oben oder unten? Äh ich weiß es nicht. Ich bin hier halt ziemlich hinterher gerannt ne. Ich glaube nicht. Dann kletter mal nach unten war. Ach cool ich kann auch schlagen mit dem Ding okay. Also das geht dann nicht aus wenn ich schlage. Wenn da noch unten war. Würde ich schon. Weil das ist ein ganz schönes Stück nach unten. Oh. Okay. Ja jetzt noch weiter nach unten. Ich hab nicht zu viel versprochen. Ja. Schau ihn ganz schönes Stück nach unten ne. Schau ihn ganz schönes Stück nach unten ne. Ja. Ein Kreuz. Kreuz? Was? Mal gucken. Okay das liegt bei mir nicht da. Ja. Hier. Hier ist es doch oder nicht. Ja. Oh mein Gott. Alter wie lange wir für die scheiße gebraucht haben. Ja. Ja. Na weiter suchen oder ins und zurück. Wir können hier tauchen wahrscheinlich. Würde ich mal gegessen. Ja. Wir können hier tauchen. Kann man die Höhle weiter fertig erkunden oder? Weiß ich. War da noch was? Ne ich mein. Wegen generell. Sollen wir jetzt hier die Höhle weitermachen. Oder direkt wieder zurück zum. So viel weiter weiß ich nicht. Ich glaube hier geht es nicht viel weiter. Ja hier kann man tauchen. Ja. Ja. Ich würde sagen wir tauchen. Ja. Okay. Also nicht zurück rennen. Nö. Och wo ist der Taucher da oben? Einfach reinspringen. Einfach reinspringen. Einfach reinspringen. Ja gut ich habe es jetzt angezogen. Boah ist das angenehm ey. Jetzt kriege ich wieder Bock aufs Apnautica. Ja. Hier geht es nach oben. Ja. 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 Dann haben wir auch wahrscheinlich 3 Butterfinger. Sonst ist ne Packung Medis weg. Ja. 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 Werdertaugen? das selbe sein oder hier kann man nur hinkaufen also ein anderer stimmt das ist irgendein anderer ja ja ich mach glaube ich weiß nicht ich würde mich weitermachen wissen wir nicht und lol da steht im wasser will das sich verarschen dann lass schnell zurück zum anderen ok jetzt gehen wir zum bogen jetzt haben wir uns den bogen hier muss man nicht mal trocken was auch musste man und wieder ein feuerchen aber vielleicht hat der bro da vorne ja eins er hat er nicht weil er arm ist frag mich warum der hier gestorben ist frag mich warum er hier gestorben ist frag mich warum er sein tauchhaus so angelassen hat ne guck mal was ich finde die pose ist echt weird wir müssen sich ja irgendwas darüber gedacht haben eine hand geht fällt sich die augen zu machen oder die nase oder schutzhaltung weil mit der anderen hand schutzhaltung wir sind immer aber da gibt es keinen sinn warum man hier so sitzen sollte da stand jetzt hat er angst vorm feuer mal ausziehen ab ab kommt nach oben was glauben sie denn ja ich stehle ich noch schneller noch rauchen so smoky dopy ja wenn man ausgang der höhle sind ich habe dieses scheiß tauchgerät endlich ey ich glaube wie schnell das gewesen wäre wenn wir da für einen tipp gehabt hätten wir hätten nicht was dieses kack kletter ding gebraucht ne ja aber die these war richtig dass wir mal hier unten rein sollten weiter südlich in der map hier ist der halbe mann rushen 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 immer weiter rushen ah wir sind schon bei ihm hier der rückweg ging immer schneller ey hier ging es doch irgendwo nach oben rein hier wo wir nämlich ah ja genau oben 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 ich glaube hier ist aber ich kann in deinen kopf reingucken ich glaube ja da geht es raus ja aber hier ist alles dunkel ja dann ist nacht ja ich halte mal vorher an ist ja eigentlich perfekt eine zipline ist perfekt tatsächlich ja ja ich glaube ich steh ja ich glaube ich fahr mal nochmal nach unten wenn ich mir jetzt im inventar gucken kann ist gleich was haben wir denn hier spearback kann ich mehrere sperren mit dem oder what mit dem mit dem mit alkohol ja gut größere flamme wahrscheinlich ne mit dem das ist ja auch egal wir werden nicht geben und wir halt außen die macht halt noch weniger obwohl die ist besser noch besser am blocken obwohl ich auch finde das man mit dem katana recht gut blocken kann und blocken wäre das gleich null so Den ist Rack, Anna. Was n Bullshit. Haftbombe. Kann man hier mitbauen. Self-Armor. Wie viele Lizard-Panzer waren das? Das war ein Lizard-Panzer. Für die Stealth-Armor. Oh. Wart vergessen. Kann man auch nur diese Stealth-Armor anscheinend machen. Dann war ich die mal gerade. Ich hab keine Blätter mehr. No Shoes. Small Rock Bag. Wenn wir den großen haben, brauchen wir keinen kleinen mehr, ne? Rock Bag. Ja, dafür brauchen wir halt den ganzen... Einen Wildschein. Wildscheine gibt es ja sobald ich weiß. Nahezu nur im Schnee. Oh shit. Ich hab ein Bein fallen lassen. Aber wir haben den Kick-Rebeaver endlich mal. Alter Schwede, ey. Komm wieder her, du Bein. Immerhin haben wir den gefunden, ey. Holy moly. Alter, dann schaue ich mir schon mal wieder den Bogen an. Den durften wir ja nachgucken. Da war nämlich Cave 8, wo wir tauchen mussten. Reihen ging es hier unten. Müsste es reingegangen sein, theoretisch. Let's Cave. Wetter Eingang. Ne, das war Cave 9. Wir müssen Cave 8 rein. Wo sind denn denn der Eingang für Cave 8? Cave 7. Ja, wir gehen einfach Cave 9 rein, glaubt dieser Map hier. Sind halt kein Eingang für Cave 8. Ich glaub, das war auch hier einfach da ein bisschen klettern, links. Halten. Großen Raum und dann kommt da halt das Loch, das die. Ja. Guck, man kann die Overlayer-Eingang schon ausmachen, wenn's nervt. Oh, wir könnten ne PvP-Damage ausmachen. Allow building destruction. Hab ich aus. Growing trees sind auch an. Bisschen. Bisschen. Ich muss mal gucken, was über Tage dieser Lecks verursacht und dann machen wir das mal aus. Man kann ja nicht sein. Ich heller ist das aber jetzt nicht, ne? Das ist gar nicht heller. Die Anzeige ist einfach buggy. Was machst du, wenn ich den Kontrast runter mache? Setz den Kontrast hoch. Kontrast runter. Passiert halt auch nichts, ne? Was hat das, was hat das mit diesem Regler auf sich, frage ich mich. Fullscreen kann ich on oder off machen. Wenn die halt jetzt nichts kaputt machen, ne? Wenn wir nicht gespeichert haben, dann lass ich das. Ich muss essen. Ich glaub, Thorsten stirbt euch an Hunger. Das ist halt immer noch nachtrausend. Das ist schon wieder, glaub ich nicht, aber auf jeden Fall noch. Das ist schon wieder, glaub ich nicht, aber auf jeden Fall noch. Ich bin wieder da. ist wieder oder immer noch nacht glaube immer noch wir sind mitten in gegner direkt vor uns ist einer wenn laufen dann richtung haus würde ich sagen ich weiß nicht wo der eingang ist und noch mehr stopp eine menge gegner vor uns das wird schwierig da irgendwie durchzukommen und rechts trampelt was wir sollten zuerst uns zurückziehen und dann mit dem hinten lang da ist auch rot auf der seite nieder hatten das markiert das ist das rechte lila da oben wir müssen nämlich in den norden das haben rot markiert und war doch nicht gelootete hatten das ja die markiert hier kann man rennt hier ist fein über uns vom gegner vorne rechts sind ein paar gegner die kommen uns gerade entgegen die könnten aber unten am strand sein kann auch springen und machen oder ja nicht weiß ich nicht so auffällig weg ich habe es aufgesammelt das ist eine uhr die da noch da liegt also viele bäume ich hier weg ich habe ja schon ein teil ja hast du habe ich sechs von acht und vier von acht ja wir haben eine gruppe rechts vor uns jetzt direkt rechts von uns noch hinter der gruppe haben wir unten abgestellten los gerade um den strand laufen er kaum sind wir wieder an der tagesfläche sind kommen sie wieder alles im spot wo wir bauen wollen aber wir müssen wir müssen Oh Das ist halt so unnormal wie viele da auf einem Haufen sind, ey holy shit Ja Jaja Die gehen aber alles geht gerade in die Richtung Irgendwas ist da Du kannst mir nicht erklären, die da einfach so sind Wo? Ja in der Mitte der Map Also nicht in der Mitte, aber da wo wir immer farmen wollen Das sind gerade alle Einer ist vielleicht 100 Meter weit weg Und jetzt zieht es die alle gerade nach rechts Nach in den Norden, oh zu uns zieht es die alle Wir sollten gehen Müssten wir gleich das, ah gut soweit rendert er nicht Ja Irgendwo Hier dann ne Ja Ne das ist rot Und Tennisball aufschmeißen Habe ich vorhin schon mal, aber der hat nicht getroffen Das Ding ist wieder zu Okay Okay, da werden hier denke ich mal neue Mobs sein Ja Waren hier nicht Mutanten Weiß ich nicht mehr Doppelt geschwert Aber ne, hier ist kein Platz für Mutanten Hier ist kein Platz für normale Mob Doch hier rechts in der Ecke stand einer, das weiß ich noch Hier rechts in der Ecke hockt da einer Ich denke ja Soll ich den abreißen Den hier Besser ist das oder? Ne zum wiederum Oder zum hochfinden Das Ding höchstens ab Das ist nur noch den Norden Oh Vorsicht Oh Gott Okay wir brauchten den wohl Den Kletterhaken Na dann war ja gar nicht useless Aber die konnten wir direkt nach ganz unten Naja Ich falle Nicht zu weit nach unten Jaja Du bist da richtig Ich bin ein Stück gefallen Aber mir gehts gut Musst man nach ganz unten? Mann ja Sag mir mal wo das Wasser ist Ob man da runter steht Springen kann Schwierig Mann Echt nicht? Hier ist was Du kannst mich ja aufheben theoretisch Warte ich ziehe Ich kann die Rüste nicht ausziehen Ja da Okay Nicht zu weit springen Easy Ganz easy Verstimmt eine Taste Wie man Alter Jetzt ist überlaut Den Tauchmann zu Ablegen kann Aber Markierung da unten Was erst mal Ich bin geklettert Ich bin noch nicht ein Leck hatte Das klingt wieder nach Gegnern Mir ist kalt Hier ist kalt Noch Stücke Achso hier ist ein Walul Da ist aber keiner mehr Wird es zumindest nicht so an Ich kann hier ein Bild collecten? Ja du bist ja gestorben Oder du bist ja disconnected Machst du kein Feuer? Achso ich dachte du meinst du hast doch Stöcke Ich hab das bestimmt dass du eins baust Weil du hast ja gesagt du hast doch Stöcke und dann dachte ich okay dann baust du eins Brauchst du eins und so an? Und jetzt stilzchen Erstmal letztes Ding Und ich dring über dem Feuer die Richtung Jetzt brenne ich. Da geht's runter. Ich muss sagen, einmal nachladen, oder? Tschüss. Hier könnten wir theoretisch schon direkt tauchen. Aber hier zeigt uns nichts an, dass wir hier tauchen sollten. Wo geht's hier hinten lang? Hier hinten geht's zum Symbol, glaube ich. Ja. Speichern. Kann ich speichern? Ich habe gespeichert. Auch. Wir kommen jetzt gleich in diesen großen Raum. Ja, ich glaube auch. Wir können auch so da rüberkommen. Nein, ich glaube, hier ist nichts. Aber hier war auch eine Vermutung. Ja, ja. Hier ist das. Ja, hier. Hier drauf. Ja, hier war das. Ja, jetzt holst du. Schwimm dir einfach daher. Wenn du machst das. Oh, wir können, glaube ich, nach oben. Ja, das war richtig. Ja. Genau hier an dieses Spiel konnte ich mich erinnern. Und ich glaube, da oben. So, war unten Feuer schön. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Auf Hotkey gelegt. Ah. Ach ja, stimmt. Das hat ja kein Visier. Oh, speichern, ne? Das sollte man eigentlich wieder machen. Was war das nur mit dem Bogen? Man kann den Bogen und die Flashlight-Hand kombinieren, ne? Hab ich. Hast du dann eine bessere Optik? Basically. Ich kann auch mal liegen, wie das war mit dem Bogen zielen. Ein Stück höher halten. Wir können uns zu Hause ja nachher mal so ein Ziel-Ding aufbauen. Wer gehen wir jetzt zurück? Ja, würde ich sagen. Ich kann mal gerade auf die Map gucken, wie weit wir hier sind. Aber hier geht ja eh nicht weiter. Also raus jetzt, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Ach, hier war ja noch was zum Tauchen. So, würde ich das auch noch ganz schnell machen, oder? Hier war noch was zum Tauchen? In der Höhle, genau, manche, ja. War das nicht die Höhle mit diesem großen Loch? Das hier war doch dieses große Loch, oder nicht? Nee, war das nicht, äh, unten irgendwo auf der unteren Seite der Map? Kann auch sein. Aber wir sind doch jetzt gerade echt noch hier hin, um hier zu looten. Okay, dann jetzt aber abreißen, ne? Jetzt sind wir kaputt. Aber ich brauche uns schon mal ein Feuer, du reißt das Ding ab. Warte mal, ne, ich muss das ausstellen dafür. Ich hab vorhin gelesen, dass wir, wir Gebäudeschaden aushaben. Ja, warte. Jetzt kann ich's kaputt machen. Jawoll. Mir ist nicht mehr kalt. Mir auch nicht mehr, wir können weiter. So, auf der Map haben wir jetzt theoretisch noch halt hier den großen Raum, wo wir die eine Seite noch nicht auf der Map haben. Ja, auf der Minimap. Ja, aber... Können wir später noch ein Spiel durchspielen. Äh, hier geht noch ein Weg lang halt jetzt. Hier lang wäre noch ein Weg. Also wir hatten, ich war jetzt noch von einer, äh, Dingens, jaja. Weiß ich noch, wo wir tauchen mussten. Da, wo wir stuck waren. In dem Luftloch in der halben Jahrhundert. Aber das war nicht hier, glaub ich. Wollen wir da lang? Das ist ein neuer Weg, ne? Ja. Ja. Ne, da ist was nur... Ne, ne, da ist kein neuer Weg. Also laut der Map ein neuer Weg. Das ist nur ein Abzug, das hier bleibt in der großen Höhe. Okay, aber gut. Das sah aus wie ein neuer Weg. Hier lang, von hier sind wir gekommen. Na? Bist du sicher? Ja, laut Map schon. Hier ist aufgedeckt auf jeden Fall. Obwohl... Warte mal, hä? Okay, ich verstehe die Welt nicht mehr. Mach kaputt. Laut Map ist hier aufgedeckt. Ne, vielleicht waren wir schon mal hier dran. Ich glaub, dahinter geht's nicht wirklich viel weiter. Mach mal kaputt. Ja. Oh, da geht's wohl weiter in der Wammahand. Oh, da weiß ich nicht. Wir rennen halt jetzt in die Wand rein. Auf Witzel nach Map. Hier können wir tauchen. Glaub ich, so sieht's aus. Ach, ja. Ne. Lass uns mal durch. Guck mal, wo wir hinkommen. Ich glaub, da hinten ist das Feuer, was wir mal gebaut haben und nicht weiter gemacht haben. Da können wir das für uns mal abreißen. Ne, weiß wo wir sind. Hier hinten waren die jede Menge Mops. Hier hinten waren die Dinge, die hier ankamen. Ja. Haben wir die getötet? Ja. Haben wir. Äh, wir bauen wir das Feuer mal gerade fertig, ja? Ach, stimmt. Ich hab ja keine Lust. Oh, lol. Hier ging's nicht hier rüber zu dem Tor? Ja, ja. Jetzt ab. Da müssen wir echt noch ein Stück rennen, eigentlich. Hier ist das Tor. Okay. Ja, okay. Kann sein, dass die Ding jetzt kleiner skaliert ist. Die Cave Map. Die wird wahrscheinlich kleiner skaliert sein, als die normale Map. Ich hab die Meldung nicht mehr, dass mir kalt ist, aber ich hab immer noch Freeze-Dinger, um den Bildschirm. Da geht's noch links runter, ne? Obwohl, nee, warte, das Loch, ne? Das Loch, ne? War meint. Wenn man bedenkt, dass das hier der Eingang am Ende ist. Was brauchst du so lange? Bisschen nicht kalt? Bisschen nicht kalt? Ja, hier lang. No. No. Das war's für heute. war hier was zu tauchen bist du sicher du bist sehr leise bei der wasser direkt in diese planion jetzt nicht schutz und mir ist kalt und feuer und er hat ja lass feuer machen dann kannst du dann direkt in den dings geben warte wie war das nochmal mit voll machen voll machen einfach auf die kalister klicken hier kannst du noch ein auf vorrat ihren bruder basis äh lol komm mal her guck mal sehr gut nun denn naja wir wissen immerhin da wo wir schon waren ist feuer von uns mindestens eins ist ja schon am weiter glättern um nur bescheid zu sagen das 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 Du bist unfassbar leise, ich verstehe kein Wort. Wie kann das sein, ich habe mich nicht leiser gemacht. Was? Wie kann das sein, ich habe mich nicht leiser gemacht. Weiß ich nicht, aber du bist super leise auf einmal. Wer macht mich lauter? Dann muss ich rausstaben und rausstaben aus dem Game geht nicht. Also geht schon, aber dann muss ich 10 Leute wechseln, warte mal. Also dann pullst du mich dann morgen wieder an. Sag mal was. Hallo. Jo. 6 decibel lauter. Ah ok. Warum hast du ein Image bekommen? Nein. Warum? Oh mein Gott. War Damage, so und aber kein Damage. Aha. Was zum tuning mal, ha? Ja. Ja... Was? Ja... Oh man, ich habe gambристolic, ich habe neben und ich mir unfair. Ja... Vielen Dank. Das ist cool. Komm nochmal zurück. Warum? Verrissst du mal deinen Bogen mit der Tasche nach Haus? Warum? Guck mal hier, hier dürftest du wieder eine Tasche haben, die du aussammeln kannst. Naja, ich habe hier keine. Okay. Ich habe hier eine Taschenlampe und Taschenlampe im Bogen. Das ist gut. Der war hier nicht. Ja. Hier links muss man lang, ja. Der hat schon kaputt gemacht. Ach, die blaue Markierung ist das Loch mit Wasser. Das kommt rein, ja. Das kommt rein, ja. Der ist noch Prost. Ja, draußen zum Wasser, oder? Oh, wir hätten vielleicht auch die Regeln drin sollen. Cool. Ach du Scheiße. Äh, warte, wo ist das? Hast du dich gerade geschlagen? Nee, ich habe dich nicht geschlagen. In die Richtung sind die nämlich ein Gegner. Okay, dann fahren wir hier runter. Ja. Jetzt haben sie sich aber verlagert. Ach, mir ist kalt. Ja, mir auch. Wir rennen auf einen Gegner zu. Unten ist er. Ja, wir rennen ins Wasser. Jolla. Get up, bro. Jetzt kommen sie halt alle uns wieder hinterher, Alter. Guck mal, da kommen sie angerannt hinter uns. Wir haben nur ein Problem. Wir kommen jetzt gerade nicht an Land, also sind es viele. Wir frieren und kommen jetzt gerade nicht an Land, ne? Ja, wie intelligent sie auch sind. Wie einfach mit küschen Terren. Hm. Ich glaube, wir lassen uns ein paar auf jeden Fall. Ich sage, wir gehen mal kurz an Land. Und mal Feuer. Ja. Luftdreckfall. Ach ja, wenn das Buch aufbleiben würde. Was? Was war hier? Ich war eine kleine Insel. Ich bin hier schon. So. Scheint aber alles kurz zu werden. Ach, das ist kein Erd sinn. Ja, so eine halbe Insel. Ja, die haben abgelassen auf jeden Fall. Jetzt haben sie sich wieder alle oben, wo wir haben wollen eigentlich. Obwohl ein Squad kommt gerade unter uns. Den rennen wir gleich voll in die Arme. Dann wird es nicht mehr kalt von mir aus, komm mal. Dann wird es nicht mehr kalt von mir aus, komm mal. Ja, jalla. Ja, warte erstmal. Ja, warte erstmal. Rennen oder schwimmen? Kannst du alle rennen, oder? Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ich hab mir beide gesehen. Da vorne sind sie immer eigentlich. Ja. Ich hab grad das Déjà-vu. Wie wir jetzt einfach an denen vorbei rennen werden. Und du dich jetzt umdrehst. Voll das Déjà-vu gerade. Holy shit. Ah ne, jetzt sind die Dinger hier. Ja, die sind weg. Wir sind halt jetzt ohne Witz die ganze Zeit da, wo wir waren. Wo wir rausgekommen sind. Da sind, ich hab halt das Gefühl die spawnen da oder so. Keine Ahnung. Also die spawnen immer da, wo wir gerade rauskommen. Hm. Aber wenn die halt da bleiben würden, wär cool. Ja, ich denk mal das war so eine Art Live-Ticker, oder wie. Uns hinterher rennen, aber mit Delay. Wir können schon wieder essen. Aktuell sind sie halt alle da oben und sammeln sich. Ich mein, da könnten sie bleiben. Alter, wie viel die lassen, wenn wir da rein rennen würden. Ne, wir wären doppelt und dreifach tot. Holy moly. Ich glaub so was hatten wir mal in der letzten. Ja. Da sind wir da auch in 20 Mann oder so. Es schneit. Was? Nein. Ich war so halb unter Wasser. Okay. Feuer, 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 Feuer. Und ich wundere warum das grün ist. Ich hab was rum gespielt. Feuer ist weg, ja? Feuer ist weg. War ein neues. Was hast du denn Fisch gegessen? Ja, war aber ein getrockneter. Der war aber gammelig vorher schon. Ich hab vorhin gesagt nicht den Fisch essen. Der Loosch kann man auch da liegen lassen. Der ist auch gammelig. Ich hab noch einen speichern. Zack. Ja, warte ich komm jetzt. Ich hab gespeichert. Speichern, speichern, speichern. Ja gut, dann bin ich mal offline. Achso, du willst dich schluss machen? Okay. Ja, hau ich doch gesagt. Wann? Oh gut, okay. Whatever. mache. Heu. Beide ich nicht zu, hau ich so. Ich hab das nicht geist.